herzlich willkommen zur weiteren folge ich habe mal entschieden noch weiter zu machen hier wir haben ja noch unser moped mit gepäckfach das habe ich kurzerhand entleert den muss ich immer erledigen sonst geht man ganz auf den kekse jetzt werden wir mal ganz kurz hier und essbares im fluss garage gut messing Fahrstuhl, der braucht schon einen Stuhl. Gut, er ist hier nicht so hoch, glaube ich. Wir mussten mal hier schauen, bei der Tür, wo es hingeht. Die haben sogar eine Eisewahl gebaut hier. Ah, das kennen wir schon. Okay, dann gehen wir halt im Nachbarhaus, ne? Wo hoch, oben war mehr gewesen, so kommen andere Gebäude aus. Wir suchen mal den Nachbarn. Ja, so abgesichert, da muss was drin sein, da muss immer vorhanden sein. So, hier ist schon mal ein Eingang. Oh, ist abgesichert. Da sichern wir uns nochmal ab. Oh, da muss ich schon mal drin gewesen. Haha. So. Oh. 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 Laufen, 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 weg, laufen. Soldaten haben meist einen sehr guten, ganz kurz mal das Teil reparieren. Das wollte ich nicht machen, weil, in der Eisenphase, warte, ich helfe dir. So war nicht gedacht. Wenigstens ein bisschen Munition, oder? Kassel leer. Wer ist immer gerne gesehen? Ich habe einen Mantel. Patronen sind immer nach oben. Das sieht wie ein Bürogebäude aus. Leer. Ich bin höher. Das Beste mal oben, oder im Keller. 1.300 XP. Neuer. Das ist ein Bürogebäude. Das ist ein Bürogebäude. Meier. Neuer. 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 Neuer ist er someday. Neuer. Das war ein Grönling. Penthouse Bücher Naja Ich dachte eher, dahinter wäre was gewesen Da gehts noch höher Kaffee Das ist schon eher ein nobeler Schrank hier Boah, der Herdbauer, naja gut Das können wir so einen Saft herstellen Da haben wir schon guckt Da oben Das ist ja schneller Der Baum ist eine Art Treppe Der Baum ist eine Art Treppe So etwas ich bin enttäuscht pflastersteine zement und müll und eine geier ich bin hier scheint müssen wir ja mal abbauen gleich so ein absehern die arme kleber ist gut ich hatte gerade hier wer sich ein guter folgt so irgendwo wollen noch einige zu mir hoffen wir mal dass sie eine weile brauchen so wo ist unser stück die kuh teile meistens auch messen oder heizkörper das ist schon mal voller erfolgt das ist ein paar tonne teile knochen knochen würde mir nicht wundern gleich auftauchen würden das waren die stellen das ist richtig gut wo haben diese da muss ja immer ein haushaub gewesen sein wo die prinzip jetzt da wollen wir nicht mehr rein geben wir auch noch lang über das andere teil war mein fahrstuhl geht nicht tabletten nehmen benutzen das war nicht ganz so dramatisch aber ein bisschen Zeit haben wir noch Zeit aber ein bisschen mit uns selber haben wir es nicht schlecht das war das war pinke kleidung garantiert dance ballett seito oh scheiße so grün hier geht es runter die 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 Mädels, freut mich. Komm ich rüber. Du platzt euch einen Weg frei. Komm ich rüber. Komm ich rüber. Komm ich rüber. Komm ich rüber. Cool Rezept, aber ich kenne es mal. Blaubeeren, genau. War aber gewesen. Ich bin voll, nicht so lange. Gut. Gehen wir einen höher, ne? Bei die Grüß. Nicht so schlank. Gehen wir den Weg frei, ne? Gehen wir den Weg frei. 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 doch wir doch gefunden haben nicht haben die gewusst ich bin voll so gehen wir raus und mit nach hause ist halb sechse ich bin voll beladen wo wir suchen an der strafen seite sicherlich jetzt haben wir sehen uns gut die operation nutzen wir gleich das lernen wir gleich durch kurze schauen was waren so geradeaus für die karte haben also da ist er unser fluss vor der renner hier das hat er auch was das mit gut das können wir herstellen das gut so auf nach hause der meiner haus wird nicht hier passieren ja wir sehen uns dann wieder zum blutmohnen und schönen dank fürs reinschauen